Hallo, hier ist der Hobbit, ja und hier ist die Wiley, wir grüßen euch und wir machen heute eine kleine Modepräsentation, das heißt die neue Herbstkollektion ist wieder eingetroffen, aus Italien, also es ist wirklich eine sehr hochwertige Ware, die wir haben, also eine ganz tolle Wagenware auch. Ja, was wir diesmal auch anders machen, das heißt wir teilen die Mode diesmal, das heißt wir fangen an, Teil 1 mit dem Fenster, Teil 2 nehmen wir das Programm rosa, Teil 3 das Programm grün, Teil 4 grau und so weiter. Dann kommt hinzu noch diese Sonderaktion, ich gebe noch auf 20% auf alle Oberteile, also nicht auf Rosen, sondern auf Oberteile, kommt noch mal 20% runter, das geht aber bis zum 30. September, ja das ist die Sonderaktion. Was meinst du denn jetzt mit Oberteilen? Der Oberteil ist, was man oben anzieht, das sind Blusen, das sind Jacken oder Pullis, na alles was du oben oben anziehst, das sind dann die Oberteile. Da geht 20% runter. So, dann würde ich mal sagen, jetzt stellt sich noch die Kamerafrau ganz schnell vor. Hallo, hier ist Cassie, ich weiß, ihr seht mich immer hinter der Kamera, heute ist das auch wieder so und wir sind hier übrigens bei Ullala Darmode auf der Bergisch-Blattbacher-Straße 576 Köln-Hullweide, 15067. Ja und alles was wir heute vorstellen, könnt ihr natürlich auch bestellen, wie immer, ihr kennt das ja schon, zum Beispiel die Telefonnummer ist 0 2 2 1 2 9 7 7 3 7 5. Ja und dann könnt ihr auch anrufen und natürlich findet ihr uns in Facebook, in Twitter, einfach mal gucken, der Hobbit, weil die Cassie da, klar seid ihr mit allen auf dem neuesten Stand. Und abonnieren dürft ihr auch. So und jetzt wünsche ich euch viel Spaß, bis gleich. So, hier präsentiere ich euch bitte eine viskose Bluse, super schön gearbeitet, sehr hochwertige Style aus Italien. Diese Bluse kommt 39 Euro, noch minus 20%, später nicht mehr. Hier vorne wird die Säge so ganz toll mit diesen Mieten gearbeitet. Hier vorne sehr hübsch und hinten, so. Also es ist eine Einheitsgröße, passt gut, viskose 44, passt das. Passt die Dame rein. Also jedenfalls, hier zeige ich euch nochmal eine lange Jacke, kann man auch als Mantel bezeichnen, ist richtig schön kuschelig warm, 70% Lana-Rolle, ist auch pflegeleicht, man kann es auch nur die Maschine waschen. Diese Jacke, wie ihr seht, hat eine schöne Länge, kommt 90 Euro. So, ist auch schon noch von innen gearbeitet, hat sehr gut von innen gearbeitet, schön flauschig, wie man sagt. Dazu habe ich passend ausgesucht einen Pulli, einen klassischen Pulli, könnte auch mal ein bisschen schlichter sein, nenne ich mal, mit der so eine Jacke. Auch in der Farbe Brau für 39 Euro. Zusätzlich diese Schwätschhose von Medien für 39 Euro. So, hier ist hier noch die super tolle Hose, ohne Reißbeschluss, ohne Knopf, einfach reinschlupfen und sich wohlfühlen. Ja. Dann zeige ich euch. Hier seht ihr was ganz rabiniertes, richtig was Freches, eine super Fiskosebrüse, ich hoffe man nicht die Bearbeitung. Jetzt mit einfach so einem Überwurf drauf, richtig schön locker, lässig, richtig schön verspielt. Ihr seht, hier oben ist ein Gummizug, also die wird einfach so drüber getragen, mit Kragen, hier vorne ist ein Knopf, ein Knöppchen, wird die mit Zugemacht, Tischchen, also 39 Euro habt ihr eine super schicke Bluse, besonders mal was ausgefallen ist, was nicht jeder hat. Zusätzlich dazu ist auch nochmal diese ausgefallene Jeansjacke, der Clou dabei ist keine Knöpfe und auch kein Neben, sondern diesmal knöpft nur mit Häkchen. Ja, also macht sich wirklich toll, ist auch ein Grau, also ein schönes Waschgrau, kann man sagen, Jeansgrau. Diese Jacke kommt 69 Euro, passend, die super Jeans, hier vorne ist ein Preisverschluss, auch wenn Zeug Arbeit und die wird so schön eingekerbt. Diese Jeans ist 49 Euro, hat aber auch ein super Sechzatti, also die sind etwas höher als vorne. Ist ein bisschen hüftig gehalten, aber ganz minimal. Also 49 Euro die Jeans, 39 Euro die Bluse, 69 Euro das Oberteil, also die Jacke. Also eine ganz tolle Markenware und super passvoll. Ja, die eine Jacke, auch wieder 60% Lana-Rolle, richtig schön angebaut, innen, sie ist super arbeitet. Also eine Taschen, die sind auf diesem etwas tiefer, wie man sieht, also richtig tolle Taschen hat die. Also die Jacke ist super warm, gerade jetzt hier für die Übergangszeit, also das ist nur auf der warme Jacke, muss man sagen. 90 Euro mit Kapuze auch, noch dazu. Dann hat die, passend dazu, so ein Kiwi, eine richtig schicken Lauschpullover, die unten, der sie mit Sternchen gearbeitet, für 59 Euro. Auch alles sehr sauber, damit sie das doppelt bearbeitet, das wird auch sehr heiß. Das ist nämlich etwas schön dick ausgearbeitet, wie ihr da seht, eine kleine farbigen Markenwaren haben. Also echt eine tolle, eine tolle Pulli, passend dazu, auch wieder eine Jeanshose, diesmal mit Knöpfen, für 49 Euro. Und auch Taschen natürlich, wie ihr da hier seht. Und auch wirklich schön an kleinen Taschen dabei, dran. Also diese Hose ist 49 Euro, 59 Euro der Pulli und 69 Euro die Jacke. Gold, 12, ja! Gold, 34, 30 Euro, 50 Euro, 50 Euro, 50 Euro, 60 Euro, 50 Euro, 50 Euro. Und jetzt wird der Ball herge geholfen, 50 Euro, 50 Euro Euro, 50 Euro Euro. Untertitelung des ZDF, 2020